Das EU-Parlament hat den Klimanotstand ausgerufen. Mit großer Mehrheit haben die Abgeordneten in Straßburg am Donnerstag für eine entsprechende Resolution gestimmt. Das Geld soll aus dem EU-Haushalt, den Mitgliedstaaten und dem Privatsektor kommen. Vor rund einem Jahr protestierte die damals 16-jährige Greta Thunberg erstmals vor dem schwedischen Parlament und hatte eine weltweite Schulstreikbewegung losgetreten. Umweltgruppen wie Extinction Rebellion solidarisierten sich mit der Bewegung. Am Freitag sind in Berlin und an mehreren Orten der Welt Großdemos und Aktionen geplant. Klimanotstand. Klimanotstand. Das Klima scheint in Not. Klimanotstand. Klimanotstand. Unser Klima scheint sehr stark bedroht. Klimanotstand. Klimanotstand. Die Politik log. Das Klima ist in Not. Klimanotstand. Klimanotstand. Nachdem uns die Politik so lange bedroht. Jetzt hat es auch die Politik erkannt. Allein im Wirtschaftsstil hat man sich so lange verrannt. Die Politik muss inzwischen über das Klima handeln und aufhören, die Umwelt permanent zu verschandeln. Klimaschutz. Und Klimanotstand. Brauchen. EU-Haushalt. Und das EU-Parlament Peter Thunberg. Hat es allem gezeigt. Wie man bisher vorvor hat es nicht gereicht. Klimanotstand. Klimanotstand. Das Klima scheint in Not. Klimanotstand. Klimanotstand. Unser Klima scheint sehr stark bedroht. Klimanotstand. Klimanotstand. Die Politik log. Das Klima ist in Not. Klimanotstand. Klimanotstand. Nachdem uns die Politik so lange bedroht. Die Luft ist verunreinigt. Die Politik hat so lange bescheinigt, dass uns die Umwelt trotzdem nicht machen kann. Zu lange ist man geheime Wand gerannt. Bäume und auch Tiere leiden. So wie es ist, kann es nicht bleiben. Für die Umwelt müsste sonst mehr getan werden. Ansonsten könnten wir bald alle sterben. Klimanotstand. Klimanotstand. Das Klima scheint in Not. Klimanotstand. Klimanotstand. Unser Klima scheint sehr stark bedroht. Klimanotstand. Klimanotstand. Die Politik log. Das Klima ist in Not. Klimanotstand. Klimanotstand. Nachdem uns die Politik so lange bedroht. Entsorgungsprobleme und Verpackungsmüll. Soweit man sieht, in Hüll und Füll. Dazu Luftverschmutzung Klimaschmutzung und Atemnot verweisen auf Umweltbeschmutzung und Klimanot. Lange schon müsste etwas geschehen. Lange kann das so nicht mal gut gehen. Der Kampf für die Umwelt hat fälligst begonnen. Der Krieg muss vorbei sein. Hoffentlich wird es jetzt so kommen. Klimanotstand. Klimanotstand. Das Klima scheint in Not. Klimanotstand. Klimanotstand. Unser Klima scheint sehr stark bedroht. Klimanotstand. Klimanotstand. Die Politik log. Das Klima ist in Not. Klimanotstand. Klimanotstand. Nachdem uns die Politik so lange bedroht. Untertitelung. BR 2018